Die Art Mode auf meine Art Das bin ich, Anke Friese-Prammer Architektin. Ich bin immer unterwegs, mit offenen Augen den Augenblick und das Detail mit der Kamera einzufangen. Motive aus Architektur, Natur, Technik und Kunst haben es mir angetan. Mit meinen Fotomotiven kreiere ich Stoffe und Nähe daraus Röcke und vieles mehr. Begleitet mich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Reduzierte Ausschnitte der Fotos decken versteckte Strukturen und Texturen auf. Meine Motive zeigen die Schönheit des Details und des Vergänglichen. Die Vielfältigkeit der Natur, Pflanzen, Blüten, Wolkenformationen. Der Fokus liegt auf dem Detail, die Ästhetik im Auge des Betrachters. Ausschnitte aus Gemälden, Zeichnungen meiner Familie, eigener Werke sowie Streetart und Graffitis. Kleidung ist genähte Architektur für den Körper. Kommt mit in mein Nähatelier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020